Alle Infos zur Anreise Darf ich vor Freitag, dem 25.08. um 12 Uhr anreisen? Nee, 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 nee. Darf ich am Freitag, den 25.08. ab 12 Uhr anreisen? Ja, 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 ja. Ist es cool, wenn jeder mit seinem eigenen Auto kommt? Eventuell. Ist es besser, wenn wir Fahrgemeinschaften bilden? Ja. Kann man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen? Also, eigentlich, ja. Kann ich dazu bitte mehr Informationen bekommen? Ja! Auf unserer Homepage unter Anreise findet ihr den Link zur Mini-Kabutschek. Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Tone-Kabật